Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Trautes Heim, Glück allein, das könnte diesen Monat euer Motto werden. Ihr wollt es euch zu Hause mit euren Lieben gemütlich machen und vielleicht habt ihr auch Lust, euer Heim zu dekorieren. Singles kommen leicht ins Gespräch, aber noch bis Mitte des Monats solltet ihr vorsichtig sein, dass ihr euer Date nicht verpasst oder einander missversteht. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon und beides verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auch hier auf dieser Infokarte im Bild. Auch diesen Monat verlose ich wieder ein Geschenk für euch und zwar diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, wie ich es hier auch trage. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Alles über euren Erlebnishintergrund, also die langfristig wirkenden Tendenzen, erfahrt ihr im Jahreshoroskop 2018 im ersten Teil und ihr könnt es auch im Buch nachschlagen. Da habe ich euch auch die Geburtstagskinder genannt, die wichtige Aspekte direkt auf ihr Sternzeichen empfangen. Folgende Planeten haben sich im April etwas weiter bewegt. Den anregenden Einfluss von Genialitätsplanet Uranus empfangen im April die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. Februar. Und Jupiter ist rückläufig geworden und steht jetzt hier in Spannung zu den Geburtstagskindern vom 8. bis 13. Februar. Alles über die Deutung dieser Aspekte findet ihr, wie gesagt, im Jahreshoroskop. Diesen Monat haben wir ein wichtiges kosmisches Ereignis. Heiler Planet Chiron wird das Zeichen wechseln. Er geht von den Fischen in den Widder und bildet damit für die nächsten Jahre einen vorteilhaften Aspekt zur Wassermannsonne. Damit beginnt für euch ein ganz spannender Prozess der Selbstbeobachtung und der Heilung. Und ihr bekommt auch Lust, die gewonnenen Erkenntnisse gleich im Alltag umzusetzen. Wenn ihr in einem heilenden oder helfenden Beruf unterwegs seid oder als Coach oder Berater, ist das sehr günstig für euch, weil ihr natürlich auch für eure Klienten gute Ideen habt, wie sie sich entwickeln und das auch gleich umsetzen können. Auch ihr selber seid jetzt bereit, den Rat von anderen anzunehmen. Und das will etwas heißen, denn Wassermanngeborene sind ja recht eigensinnig und häufig der Meinung, dass sie bereits alles wissen. Versteht mich nicht falsch, der Wassermann verfügt wirklich über eine ganz besondere zukunftsgerichtete Intelligenz und ist oft sehr visionär. Aber man kann euch das auch als Arroganz auslegen. Jedenfalls bringt Chiron euch die Neugier zurück und die Erkenntnis, dass auch ihr noch etwas dazu lernen könnt. Und diesen Einfluss spüren als erstes die Geburtstagskinder vom 19. bis 21. Januar. Bitte schaut euch zu diesem wichtigen Transit auch mein Special über Chiron an. Jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen. Der Monat startet mit vielen Kräften im Zeichen Widder. Da haben wir die Sonne, den Merkur, der noch rückläufig ist und Uranus, der euch weiterhin mit vielen guten Ideen und geistiger Frische versorgt. Besonders die Geborenen der dritten Dekade. Die Venus ist ins Zeichen Stier gewandert und steht jetzt in eurem Sonnenhaus der Familie und des Heims. Ihr dürftet also eine schöne Zeit mit der Familie erleben und vielleicht auch die Lust verspüren, euer Heim zu verschönern und zu dekorieren. Allerdings steht die Venus den Monat über auch in einer Spannung zu eurer Sonne und das kann faul und träge machen. Man erwartet dann, dass der Partner oder die Familie die Initiative übernehmen und dafür sorgen, dass man selbst sich glücklich fühlt. Wenn ihr irgendwie innerlich unzufrieden seid, ergreift selbst die Initiative und geht auf liebe Menschen zu. Ihr werdet sehen, das funktioniert. Sehr schön sind die Konstellationen für Wassermanngeborene und Wassermann-Ascendenten, die eine spirituelle Ausrichtung haben. Denn die Venus bildet vom 5. bis zum 18. April wunderbare Aspekte zu den ganzen Planeten, die im Steinbock und bei euch im 12. Haus stehen. Sie sorgt dafür, dass ihr Zugang zu euren spirituellen Kräften bekommt und die sind ganz beträchtlich, denn da steht ja jetzt Saturn und Pluto. Und das heißt, ihr könnt euch mit Wünschen ans Universum beschäftigen, denn eure Gedanken und Wünsche entfalten eine ganz starke Kraft der Manifestation. Der Mars steht im Steinbock und damit auch in eurem 12. Haus. In der klassischen Astrologie zeigt das auch versteckte Feinde an. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass jemand hinter eurem Rücken zugange ist, dann lässt sich dieses Problem während der günstigen Venusphase lösen. Ihr könnt herausfinden, was da los ist und es charmant zur Sprache bringen. Wahrscheinlich stellt sich heraus, dass alles nur ein Missverständnis war. Um die Monatsmitte kommt es dann zu einer bedeutenden kosmischen Energiewende. Der Wind des Wandels und der Transformation und der Heilung weht dann sozusagen durch euer Horoskop und bringt euch tolle neue Impulse und Inspirationen. Zuerst wird der Merkur wieder direktläufig am 15. April und am 16. haben wir dann den Neumond in Verbindung mit eurem Herrscher Uranus. Und anschließend am 17. April geht dann Chiron ins Zeichen Widder und das ist eben sehr günstig für euch. Das habe ich ja eingangs schon beschrieben. Für euch bringt das eine enorme Inspiration und geistige Anregung. Für die Neumond-Meditation bietet es sich deswegen an, dass ihr darüber nachdenkt, auf welchen Gebieten ihr noch was dazu lernen wollt. Wo könnt ihr euch für spannende neue Informationen öffnen, die euch wirklich weiterbringen? Und auf welche Weise könnt ihr selbst anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen? Welches Wissensgebiet wollt ihr euch noch gerne erschließen? Und Chiron ist ein Hinweis darauf, dass es etwas zu heilen gibt. Bei euch selbst, bei anderen Menschen oder auch die Gesellschaft oder den Planeten. Und ihr als zukunftsgerichteten Wassermann-Geborenen findet bestimmt Mittel und Wege, euch da an der passenden Stelle einzubringen. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und aktiviert damit für die kommenden vier Wochen den Bereich der Familie und des Heims in eurem kollektiven Horoskop. Ihr fühlt euch dann wohl in eurer vertrauten Umgebung. Familie, Heim, der Garten, falls ihr einen habt und alles, was euch ein Gefühl von zu Hause und Gemütlichkeit vermittelt, ist euch dann wichtig. Vielleicht bekommt ihr auch Lust aufzuräumen oder einen Frühjahrsputz abzuhalten. Dann macht das ruhig, das tut euch gut. Am 24. April wechselt die Venus ins Zeichen Zwillinge und bildet dann für die kommenden knapp vier Wochen einen sehr schönen, erfreulichen Aspekt zur Wassermann-Sonne hier aus den Zwillingen. Und der erzählt von viel Lust und Liebe und Lebensfreude. Für Singles ist das auch ein toller Aspekt, um eine heiße Affäre zu beginnen, besonders in den letzten Tagen des Monats. Und da haben wir ja dieses superlange Wochenende mit dem Brückentag am Montag und dem Tanz in den Mai. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir den sinnlichsten Vollmond des Jahres, nämlich in den lustbetonten Zeichen Stier und Skorpion. Und der steht in Spannung zu eurer Sonne und wirkt deswegen bestimmt sehr anregend. Wenn ihr nicht schlafen könnt, dann solltet ihr der Liebe dienen oder mit netten Leuten feiern gehen. Dafür eignet sich sowohl der Samstag der 28. sehr gut, als auch der Tanz in den Mai am 30. April. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen, denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder Fragen zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturnprobleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich habe hier eins an, das ist der Steinbock und ihr kriegt dann natürlich das zu eurem Zeichen passende. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dafür müsst ihr einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein neues Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.